Ja, das ist jetzt mal ein Test. Der gute Vari hat mir ja hier so eine Funkstrecke zugeschickt. Ein kleines Lavalier-Mikrofon, ein kleines Funk-Mikrofon. Das würde ich mal ausprobieren, ob das jetzt hier so klappt. Das nutze ich jetzt mal mit meiner Sony ZV1. Da hinten der Heckendurchgang, da teste ich jetzt gerade eine neue Kamera, die ZikaCam. Oh Gott, wie heißt denn jetzt wieder? Heißt du wieder vergessen? Mit ZikaCam habe ich ja super schlechte Erfahrungen seinerzeit gemacht. Aber ich wollte ihm nochmal eine Chance geben, da habe ich Referenzaufnahmen bei anderen auf dem YouTube-Kanal gesehen und die Aufnahmen haben mir ganz gut gefallen. Na, was ist da los? Ja, jetzt bin ich bei mir hinten im Garten. Hier ein Hochbeet mit Riesenknoblauch. Der muss jetzt mal geerntet werden. Die Blätter fangen an gelb zu werden und das ist ein Zeichen dafür, dass der reif ist. Na, welcher Vogel ist da zugange? Er sieht jetzt hier bei mir im wahrsten Sinne des Wortes aus wie ein Dschungel. Da hinten habe ich ein Hochbeet, da wollte ich eigentlich, ja eigentlich hatte ich noch nicht so richtig klar, was es werden soll. Und letztes Jahr hatte ich dann einen Hokkaido-Kürbis dort belassen. Der ist da einfach vergammelt. Ja, und die Kerne haben den Winter verstanden und jetzt im Frühjahr ist hier ein Hokkaido gewachsen. Also nicht eine Pflanze, ich weiß nicht wie viele. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich sehen kann. Riesengroß hier hinter mir. Das ist eines meiner Hochbeete. Und ja, da hat sich jetzt quasi der Hokkaido bereit gemacht. Ich stelle euch jetzt mal hier hin. Und jetzt wird es mal Zeit, hier den riesen Knoblauch zu ernten. Da habe ich mir mal vor einiger Zeit ein paar Knoblauchpflanzenzehen geholt. Und das hat letztes Jahr super gut funktioniert. Und insofern habe ich die jetzt überhaupt noch nicht verzehrt, sondern ich habe sie jetzt einfach noch mal als Steckpflanzsaatgut genommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß sie sind. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und das ist jetzt gleichzeitig mal ein Test, um zu gucken, wie dieses Mikrofon hier funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Womit fangen wir an? Ich ziehe die mal einfach so raus. Hier mal eine Variante, die etwas kleiner ist. Na, das rausziehen, klappt das? Ja, es klappt. Ja. Also, dieser riesen Knoblauch ist fast noch klein. Und hier sind solche, ich glaube, heißen die Bobillen, das sind so kleine Ableger. Die kann man auch nutzen, um dann die nächsten riesen Knoblauch fürs nächste Jahr zu setzen. Die sind erst mal klein und werden von Jahr zu Jahr immer etwas größer. So, es geht weiter. Jetzt gucke ich hier nochmal nach. Das ist hier so ein Gemisch aus Pferdemist, Kompost, alles Mögliche, was so einfällt. Ich mag das immer gerne, wenn das schön alles durcheinander geht. Ah, da ist dann noch so ein Ableger. Die können auch hier verbleiben, denn im nächsten Jahr, denke ich, werde ich das wieder hier für Knoblauch nutzen. Das macht den Pflanzen nichts. Das Material ist noch nicht vollständig vergangen. So, jetzt nehmen wir mal den Burschen hier. Uuuh, upsala. Der ist schon etwas größer. Und da sind auch diese kleinen Ableger. Die fangen schon an zu keimen, so wie es aussieht. Vielleicht hätte ich die Ernte schon etwas früher machen können. Da auch noch? Ne. Da sind noch welche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das muss man mögen, so mit der Hand hier im Dreck, in der Erde, im Substrat hier rumzuwühlen. Mag nicht jeder. Dieser Oschi hier, der ist schon etwas größer. So, es geht weiter. Der nächste kommt raus. Holla, die Waldfee. Da sind so wieder ein paar Ableger. Also ich würde sagen, das ist schon ein beachtlicher Kaventsmann. Na, ist das einer? Ne. Mehr sind wohl nicht. Ist auch gut. Die werden jetzt übrigens zum Trocknen, kommen die irgendwo in Schatten hier. Boah, das sind die riesige. Die Zehen, guckt euch das mal an. Die einzelnen Zehen hier. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei. Ja. Riesengroß. Und wieder zwei von diesen Ablegern hier. Sehr gut. Sichergestellt, dass es im nächsten Jahr mehr geben wird. Der nächste. Oh, da muss ich mal hier rübersteigen. Das habe ich jetzt nicht so optimal. Boah. Oh, schönes Substrat. Da kann ich jetzt fast noch was reinsetzen. Hier sind auch wieder diese kleinen. Ich meine, die heißen gut Billen. Ganz ordentlich. Oh, ich muss hier mal den Arm auflegen. Oh, hier sind ein paar Steine. Die kommen in mein Steinlager. Ja, ging daneben. Ja, hier, guck mal. Grobes. Holzschnitzel vom letzten Jahr. Geässt. Hier kommt alles rein. Schön querbeet. Hier war irgendwo ein Stein. Da ist ein Stein. Der kommt da hin. Gut. Hier sind hier auch Bubillen. Da. Eine nur in dem Fall. Der ist jetzt nicht so riesig. Schöne Ernte an Riesenknoblauch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wie viele von diesen kleinen Ablegern haben wir hier? Ups, hier geblieben. Ein, zwei, drei. Hier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 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 elf. Da würde ich sagen, da ist die Ernte dieses Jahr so groß, dass es auf jeden Fall vorstellbar ist, die ersten 10 auch zu verköstigen, mal zu probieren, wie die schmecken. Die kommen jetzt in die Gartenhütze zum Trocknen. Die müssen nicht direkt dem Licht ausgesetzt sein, ansonsten muss ich sagen, ist Knoblauch total unempfindlich. Also ich hatte im letzten Jahr viel normalen Knoblauch geerntet und da habe ich eigentlich die schönsten, größten aussortiert, zur Seite gelegt und letztlich auch in der Küche verarbeitet und ein Großteil der zu klein gebliebenen, nicht so schönen Knoblauchzehen, die habe ich einfach in so einem Maurerkübel belassen und habe sie über den Winter draußen stehen gehabt. Da ist sogar Wasser drin gestanden und siehe da, die sind alle noch gekeimt. Und ich habe sie dann später, als sie anfingen zu keimen, auch tatsächlich dann noch im Garten gesetzt. Gar nicht mal, ja eigentlich, da bin ich so, ich kann das nicht wegschmeißen. Also irre, Knoblauch ist deutlich robuster, als man glauben mag. Das ist jetzt Riesenknoblauch, Elefantenknoblauch, so heißt der genau. Gibt auch eine latanische Bezeichnung, die blende ich euch unten ein. Ich bin begeistert, riesiger Knoblauch, fast so groß wie meine Kartoffel hier. Ja, auf geht's zum Trocknen. Jetzt wollte ich euch noch den Rest des Garten zeigen, aber auch der dritte Akku, den ich habe, ist von dieser Sony ZV-L1, einer Vlogger-Kamera, auch wieder schwach. Das ist ein Riesen-Nachteil bei dem Ding, dass der Akku-Betriebszustand, der Akku-Ladestand hier nicht vernünftig angezeigt wird. Plötzlich geht die Kamera, wie vom Himmel, wie der Blitz getroffen, ist dann auch immer der Akku leer. Und die Kamera geht dann irgendwann aus und das wird auch gleich der Fall sein. Ich will euch ansonsten nochmal zeigen, was ich hier im Garten sonst noch meinen Hochbeten habe. Wir machen jetzt mal einen Test, vielleicht geht das noch. Wir machen jetzt mal ein Trocknen. Vielen Dank.